Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mortal Kombat X. Wir spielen heute gemeinsam die Story von Johnny Cage. Und wir haben hier wieder drei Varianten. Das Stunt-Double, der Faustkampf und hier drüben der Arb-Rommi. Und ich würde sagen, den Arb-Rommi haben wir schon gesehen. Deswegen nehmen wir den Fister. Und der erste Gegner ist Quan Chi. Der alte Totengräber wird direkt hier vom Johnny aufgemischt. Ich habe dich gefunden, Johnny Cage. Hast du Kuchen mitgebracht? Nein, den Tod. Alles klar, Quan Chi, legen wir los. Der erste Treffer kriegt sogar wirklich Quan Chi hin. Und Johnny bekommt erstmal schön hier auf die Fresse noch einen Breaker. Quan Chi ist richtig pisst. Nimmt die ganze Sache hier ziemlich persönlich. Weißt du was, Quan Chi? Wenn ich dich getötet habe, dann töte ich deinen Pony noch. So fies ist der alte Johnny. Alter, der Teleport-Move. Okay, Faustkampf ist nicht so wie der Arb-Rommi. Deutlich nahkampflastiger. Muss mich erstmal wieder so ein bisschen warm zocken. Aber ich denke, dann wird das was. Hier sehen wir die alten Johnny-Fähigkeiten. Ah, so langsam komme ich rein. Der Johnny salto. Johnny kann ziemlich hoch treten. Ja, der Mann kann Spagat. Runde 1 gewinnen dann doch noch wir. Wir haben geile Schlagringe, wie ich finde. Tut natürlich richtig weh, wenn man so einen Schlag in die Fresse bekommt. Na, komm mal her, Junge. Bam! Au! X-Ray! Oh, das tut weh. Und nochmal volle Kanne in die Fresse getreten. Aber schade, dass er ihm kein Ding in den Sack ballert. Ja, normalerweise gehört das zu Johnny dazu. Der Tiefschlag. Der Nussknacker Marke Cage. Okay, wir haben ihn. Und ich versau's natürlich, weil ich zu schnell bin. Aber die Animation ist ziemlich geil. Ich würde das aufnehmen. Johnny Cage wins. Johnny Cage. Na gut, im nächsten machen wir den Fatality. Bin mal gespannt, wie die Fatalities bei Johnny aussehen. Ich hab mich selber wieder gar nicht gespoilert. Ich will die hier das erste Mal erleben. Johnny gegen Johnny. Wer bist du, mein Stunt-Double? Das wollte ich dich gerade selber fragen. Klären wir, wer wer ist. Round 1. Fight! Ich würde sagen, du bist Fake. Und ich bin Original. Oh, da wirft er die Oma und die trifft natürlich. Immer wenn ich die Oma schleudere, trifft das Ding nie. Ich kann die Alte irgendwie nie schleudern. Zack. Na, dieser Energieschlag ist ziemlich nice. Und wir dödeln hier mal den X-Ray raus. Da hat der Typ gerade versucht, mir in die Eier zu schlagen. Na, 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 na. Das gehört sich aber gar nicht. Au! Boah, das sieht so mies aus, oder? Keine Autogramme, bitte. Lass den Tiger in Ruhe. Boah, der macht mich hier gerade rund. So. Erst von oben und dann von unten. Du wurdest gecaged. Wenn hier einer caged, dann ich. Bin der Einzige, der hier cagen darf. Vielleicht noch meine Tochter. Zack. Zack. So, aber jetzt nah ran. Steh mal auf, Junge. Yes. Der erste Fatality. Oh. Alter. Boah, wie mies ist das denn? Johnny Cage wins. Shining lässt grüßen. Oh mein Gott, der ist ja wirklich saugut. Der ist richtig gut. Reptile. Ich mag diesen Drei-Stufen-Tritt. Zack, zack, zack. Okay, okay. Der war nicht so gekonnt. Eher so als Folgeangriff. Aber der Fatality ist der Hammer. Also der ist richtig gut. Bis jetzt einer der geilsten. Wenn ich eine Top Ten irgendwann mache, kommt der rein. Sieht gut aus. Wow, Reptile. Entspann dich. Küss mein Knie. Und meinen Fuß. So. Zack, zack, zack. Ah, blocken kann das Reptil. Na, 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 na. Runde 1 gewinnt der Johnny. Wusste nicht, dass ein Gesicht sowas kann. Ah, der hat die miesesten Sprüche auf jeden Fall. Zack. Okay, der prügelt sich hier wieder aus der Ecke raus. Ich mag es nicht, wenn der Gegner in der Ecke hängt. Weil wenn ich ihn umniete, werden die Fatalities immer ein bisschen schwierig. Ich brauche so ein bisschen Distanz. So, jetzt ist es besser. Er prügelt mich schon wieder da hinten in die Ecke. Jetzt geh ich nochmal raus da aus der scheiß Ecke. So. Nein, 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 nein. Wir gehen nicht wieder in die Ecke. So. Und der nächste Fatality. Also das nenne ich mal Tripling. Ey, wie mies sind denn seine Fatalities? Das sind ja beide extrem gut. Einfach hier den Schädel, das ganze Gesicht zu Brei gemacht. Irmach. Dein Gesicht wird zu Brei. Johnny Cage. Ach, nee. Wir verstehen deine Furcht. Round one. Fight. Wer hat denn hier Angst? Ich nicht. Ich bin ein Cage. Und ein Cage hat natürlich keine Angst. Oh, Meg. Teleportation. Wie langweilig bist du denn? Es lief so gut. Und du musst mir natürlich hier die Nummer versauen. Wegen dir musste ich jetzt einen Mönch werfen. Das ist alles deine Schuld. Ich wusste nicht, dass ein Gesicht so was kann. Round two. Fight. Ich wusste nicht, dass ein Gesicht Seelen speien kann. Das ist mir völlig neu. Johnny ist ziemlich gut. Also bis jetzt gefällt mir der Mann. Hat ein paar nette Kombos. Ist relativ schnell und teilt auch ziemlich gut aus. Ja, der X-Ray ist so ein bisschen unspektakulär. Da haben wir bessere gesehen. Gebe ich zu. Aber ansonsten, die Fatalities machen das wieder wett. So, mein Freund. Bam. Oh. Alter, ich liebe diesen Fatality. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Mit einer der Besten. Kommt auf jeden Fall in meine Top Ten. Raiden. Freund oder Feind? Raiden oder Kämpfen. Raiden oder Kämpfen. Ich sag dir, der Mann hat die geilsten Sprüche. Lass den Schädel stecken. Alter Mann. Wo rennst du denn hin? Was war denn das eben gerade? Rennt da einfach wie so ein Stier. Gerade aus. Nette Uppercut. Ah, das Blitzding. Das ist nervig. Au. Raiden. Also Raiden will er nicht. Okay, der Raiden macht mich hier gerade ein bisschen nass. Vielleicht kriegen wir es noch hin mit dem X-Ray. Und einem guten Angriff in Folge. Aber es wird eng. Oh, wow, 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 wow. Nein. Was war denn das hier gerade? Rote Energie? Seit wann wird die Energie rot? Da zieht er mich ab. Da zieht Raiden mich wirklich ab. Mieser Typ. Wirklich verdammt. Mieser Typ. Tiefschlag. Hat aber irgendwie gar nichts gemacht. Der nimmt hier seine Donnerkugel. Wie kann er das noch blocken? Wie kann er das noch blocken? Raiden, mit dir werde ich sowas von trappeln. Raiden, mit dir den Boden aufwischen, alter Mann. No, 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 no. Zack. Und der X-Ray kommt schon. What? Ich glaub's nicht. Er blockt noch die Leiche. So. Ich bekomm's nicht hin. Shit. So ärgerlich. Wieder mal hier. Da muss man auch wieder auf mittlere Distanz gehen. Und mittlere Distanz ist immer schwierig. Weit ist einfach und nah ist einfach. Aber in der Mitte ist immer so ein bisschen friemelig, wo man denn jetzt wirklich genau stehen muss. Egal, wir werden ihn nochmal sehen. War ja erst Gegner Nummer 5. Jetzt kommt der Kang. Heute mal ohne Mike Tyson Drachen-Tattoo. Dafür natürlich extrem schnell und stark. Er blockt hier meinen Nussknacker. Alter, 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 alter. Er dreht durch. Bam. Okay, der hat gut was gezogen. Uppercut als Konter. Hier, der X-Ray geht zum Glück durch. Weil es wird auf jeden Fall ziemlich eng. Macht wahrscheinlich Rache für seinen Freund Raiden. Obwohl, die beiden sind ja keine Freunde mehr. Fahren mal, Freunde. Jetzt aber nicht mehr. Versuch's nochmal. Ey, ey, ey. Beine hätte er mich weggeholt. Danke dir und gute Nacht. Round 2. Fight. Er kann extrem geile Schlagketten. Die sauviel abziehen. Und ich bin eher so der Nahkämpfer. Oh, wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Der alte Kang tritt. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib ihm. Du hast ihn fast. Johnny. Weiche nicht zurück. Wow, 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 wow. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh, hatte ich eben gerade Glück. Wie so ein Bekloppter. So. Lass uns trippeln. Bam, 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 bam. Der Sound am Ende. Als würdest du es Klo runterspülen. Gegner Nummer sieben. Wir sind aber auch wirklich schnell heute. Ja, aber wenn deinerseits und nicht meinerseits hier, Junge. Zack, zack, zack. Alles klar. So, da wurde jemand gecaged. Oh ja, macht einen Breakup, aber wir machen einen X-Ray und ihr blockst ihn sicher und dreht hier völlig durch. Dem ersten hier so ein Fass ins Gesicht. Ah, er ist ziemlich mies mit seiner Distanz. Bin mal gespannt, wie Kung Jin so abgeht. Hab den selber noch nie außerhalb der Story gespielt. Er gewinnt wirklich Runde 1. Übel. Übler Typ. Sauübler Typ. Komm schon. Ah, Mann, 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 Mann. Da muss man wirklich direkt vor mir stehen, damit der Angriff funktioniert. Oder eben drei Schritte zurück. Ah, so funktioniert's easy. So ist es gut. Mist, ich wollte die Leiche werfen. Ich hab für die Leiche nie ein gutes Timing. 1-1. Finale Ronde. Ich hab nie was für dich getan. Final Ronde. Fight. So. So. Immer schön hier dranbleiben, Johnny. Bam. Das gibt es nicht. Der hat das Ding doch gar nicht geblockt. Was lief da eben gerade bitte schön schief? Er hat doch Schaden genommen. Ich hab hier keinen Blocken gesehen. Au, au, au. Wiese Jumps. Komm schon. So. Alles klar. Wir machen den Johnny. Au. Oh, ist das mies. Der ist wirklich ein Meisterwerk von Fatality. Kann man sich nicht oft genug ansehen. Schön. Absolut schön. Oh, Sonya Blade muss natürlich noch dabei sein. Bringen wir es hinter uns. Wie in alten Zeiten. Oh, bitte nicht. Round 1. Fight. Scheidungskrieg. Scheidungskrieg. Sie will meine Kohle. Johnny. Du bist der Promi. Sie hat nie was geleistet. Lass sie mich alles wegnehmen. Oh, oh, oh. Die Frau ist wütend. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als eine Frau, die sich scheiden lassen wäre. Sau gefährlich, so was. Du musst sie fisten. Oi, 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 oi. Ich habe doch gesagt, wir wollen keine Kinder mehr, Schatz. Yes, ich dachte schon, der würde wieder nicht durchgehen. Johnny gewinnt. Oben die olle Sonny. Johnny versus Sonny. Kuss auf die Bargina, Baby. Meine Marionette. Was war das eben gerade? Hat sie eben gerade schon das Drahtseil rausgeholt, um mich zu erwürgen? Ich glaube, sie will mich strangulieren. Ui. No, 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 no. Ich war zu schnell. Oh, ich wollte ihr Gesicht so oft auf den Boden schmettern, dass selbst das letzte bisschen Schönheit, das sie noch hatte, weg wäre. Schade. Da sind wir schon wieder bei Goro. Johnny Cage. Schuldest du mir nicht deine Sonnenbrille? Ich schulde dir nur das hier. Round one. Fight. Jetzt gegen Prinzessin Goro erneut. Alles klar, wir cagen ihn. Gerade sieht es eigentlich ganz gut für uns aus. Immer wieder hier der Angriff von oben. Da muss er natürlich Feuerbälle holen. Ja. Ich bin ja nur ein ganz normaler Mensch. Ist aber gut zu wissen, dass auch seine Weichteile verletzlich sind. Oh, wie ich diesen Feuerangriff hasse. Das Ding hier ist auch richtig, richtig böse. Ey, 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 ey. Okay. Hier gibt es genügend Gliedmaßen zum Brechen. So, und direkt hier der X-Ray hinterher. Gar nicht erst hier erholen lassen. Immer schön doller auf die Fresse. Zack, 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 zack. Ah, komm, greif ihn dir. Da muss er natürlich sich nochmal wehren. So, mittlere Distanz. Das sollte das hier sein. Nochmal, weil es so schön war. Die Nummer hier. Und natürlich, der Klang der Toilette. Der darf nicht fehlen. Alles klar, holen wir uns Shinnok. Ach, Shinnok, dass du auch nie was dazulernst. Du weißt doch, meine Kräfte sind stärker als deine Kräfte. Schmecke deine eigene Medizin. Okay, der war nicht schlecht. Ich hasse diesen Angriff. So nervig, der Typ. Muss das sein? Muss das wirklich sein? Shinnok? Ich komm hier nicht an ihn ran. Jetzt liegen wir beide hier. Uh, das wird eng. Und natürlich, ich hau den X-Ray volle Kanne daneben. Hätte ich mir die Energie mal gespart. Ey, lass mich mal bitte wenigstens hier auf die Füße wieder kommen. So. Bleib schön da drüben in deiner Ecke, Junge. Au, 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 ich muss hier raus. Ja, nicht von dem hier in die Ecke treiben lassen, weil das ist wirklich absolut tödlich. So, der ist gut. Schattenkick. Immer wieder hier den Schattenkick. Und weggeholt. Beinarbeit. Ich brauche unbedingt einen Fight Stick. Besonders hier dieser Schattendritt. Der ist ein bisschen schwierig mit meinem regulären Controller. Ah, hier. Komm schon, hol ihn dir, Johnny. I believe in Johnny. Bam. Gib ihm. Wow, wow. Greif ihn dir. Hallo. Oh, der hält noch was aus. Das Leben von Johnny Cage war seltsam. Er war seltsamer verlaufen als jeder Science-Fiction-Film. Doch er wusste, dass die Schlussszene näher rückte. Mit Reigens Hilfe konnte Johnny zu Shang Tsungs verlassener Inselfestung segeln, wo sein Abenteuer einst begonnen hatte, um dort über seine Zukunft nachzudenken. Zwischen den Trümmern fand Johnny eine uralte Schrift. Ihr Inhalt verriet, dass Shang Tsung das Geheimnis des langen Lebens der Edenianer enträtselt hatte. Johnny Cage's Ruhestand würde warten müssen. Also so oft, wie man hier den Namen Shang Tsung wieder zu hören bekommt, könnte man meinen, im nächsten Teil oder was auch immer jetzt demnächst halt von Mortal Kombat kommen soll, dass der halt wieder irgendwie auftaucht und der nächste große, böse Obermacker wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Quan Chi wieder zurückkommt. Ich glaube nicht, dass der endgültig tot ist. Seine Essenz ist irgendwie immer noch vorhanden und Devorah ist ja auch nicht gestorben. Es ist noch so viel möglich. Aber auf jeden Fall, das war Johnny Cage mit extrem geilen Fatalities. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wer als nächstes sich hier fetzen soll. Wer mal, danke für eure Bewertung. Danke fürs Zusehen. Und... Tschüss. 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 Tschüss.